Ich habe den kleinen Einsiedlerkrebs aus dem Wasser geholt und ihn hier raufgelegt. Jetzt legt sie mir auf die Sonne, auf einmal kommt er raus. Da hat er sich wieder versteckt. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Hier gibt es eine ganze Menge. Schon lustig. Ich frag mich, wo sie sich über den Rhein verstecken. Bei ein paar inselten Rennigen Tosen kommen. Also hier ist es besser. Da tut sich nichts. Da sind eine Menge kleine Fische, die sehen aus wie Hornhechte. Ich habe noch nicht gegoogelt, was es ist. Vielleicht Barracudas im Jungformat. Wir fahren um die 50, dieser Schwaben. Der Haus ist ja weg. Jetzt sind die andere hier. Ja, wir nehmen zu. Das ist ja weg. Das ist ja weg. Der Haus ist auch weg.